Oh mein Gott, Leute, heute spiele ich zum ersten Mal den neuen Horten-Ansturm-Modus in Fortnite. Hier kommen Zombies! Hilfe! Ah! Und voll drauf! Boom! Und wenn du meine Reaktion nicht verpassen willst, dann bleib bis zum Ende dran. Und hallo, es kommt zu einem neuen Video. Heute spielen wir das erste Mal den neuen Horten-Ansturm-Modus in Fortnite. Lasst euch vielleicht schon mal einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne diesen Kanal, würde ich sagen. Viel Spaß mit dem Video. Bis gleich! Wir gehen in den Horten-Ansturm-Modus und das da einfach mal ausdehnen, Leute. Dann würde ich sagen, let's go! Was geht denn hier ab? Sieht ja krass aus. Was geht denn da ab, ey? Sehr, sehr geil sieht das schon mal aus. Okay, Leute. Wir landen einfach mal. Okay, runter eins. Was geht denn hier ab? Dann gibt's ja noch irgendwo Waffen im Saal, oder? Hier ist ne Truhe. Okay, ich hab schon mal Sprengstoff. Und hier. Und das für ein Gewehr. Was geht denn hier ab? Ach ja, wie hier so eine Sniper. Okay. Okay. Wir haben diesen hier Schleimwerper am Start. Und hier oben ist irgendwie ein Timer, Leute. Okay. Also, in so 45 Sekunden passiert irgendwas. Okay. Wir sind gespannt schon mal, Leute. Wir sind gespannt. Okay. Bereite ich auf die Schlacht vor. In 6, 5, 4, 3, 2, 1 und let's go. Was geht jetzt los? Kämpfe, sie überleben. Was geht denn los? Willkommen, Zombies. Hilfe. Ah. Tu scheiße. Ach, tu scheiße, Leute. Du kommst, Zombies. Hä? Die Moschee. Ey, das war so übelst. Ey, das ist... Das war so übelst Schaden, auch. Ach. Ach, du himmlisches. Ach, du himmlisches, Leute. Mann, da kommen wir ja auf den Zombies, Alter. Alter, was geht denn hier ab? Okay. Wir müssen es irgendwie schaffen, Leute. Ah, okay. Und da bekommt man irgendwie immer Punkte irgendwie. Okay, Leute. Voll da drauf, komm. Boom, Leute. Sehr, sehr nice. Nachladen. Also, diese hier Schleim-Explosionswerfer macht. Das macht, man macht es irgendwie ja am meisten Schaden gefühlt. Okay, voll drauf. Oha. Das macht Spaß, Alter. Das macht Spaß, Leute. Die Gästloser kommen jemals. Oh, da kommen welche. Oh mein Gott. Okay, ich hab was zu den TNT-Stangen. Ich darf was ab. Ist wie explodiert ihr? Oha, auch sehr geil gewesen. Kim, nehmen wir unseren Schleim-Werfer wieder. Wir kämpfen jetzt gegen die. Oh, stark, 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 stark. Okay, ich muss noch hier so hier 53 Sekunden ums Überleben kämpfen. Okay, das werden wir schaffen. Das werden wir schon irgendwie schaffen, Leute. Denke ich. Hoffe ich. Und voll drauf. Boom, Leute. Sehr, sehr nice. Okay, wir haben noch so 30 Sekunden. Hey, Jürgen schießen die nach mir auf. Müssen übe aufbaden, Leute. Geht hier ab. Das für Ding. Laufen, weiter, 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 weiter. Und nochmal drauf. Und? Fünf Sekunden. Drei Sekunden. Zwei, eins. Geht jetzt los? Hä? wir haben haben die runde 1 abgeschlossen jetzt sollen wir ausrüstung einsammeln und es geht wieder los folge dem sturm hier muss ich hingehen da ja die kommen wieder oh mein gott leute oh mein gott leute wir müssen in den sturm bei ihr wenn wir hier draußen sind dann kommen wir schaden die kommen die kommen kommen ein bisschen zu aufpassen leute die schießen auf mich okay ich hatte so eine kugel dieses jaja hier wo geil ich brauche die waffe ja kann ich keine kann ich die ohren bild fertig machen wird wird es gott auch da es go käme ist noch aufpassen leute müssen überlebt mir irgendwie gehen wir laufen mal weg um also ich soll hier diesen mir sturm folgen ok machen wir kommt da welche noch oh mein gott bin ich erschrocken oh mein gott leute bild erschrocken sie müssen überleben irgendwie wo sind die die kommen wir wir müssen hier rein leute folge dem sturm 50 sekunden müssen sie überleben leute komm schaffen wir wir sind kämpfer wir müssen in den sturm rein let's go oh mein gott ok jetzt drei sekunden überleben das müssten wir hinkriegen müssten wir hinkriegen 5 4 3 2 1 ok ok die runde und die 2 wahrscheinlich auch abgeschlossen die ist eigentlich für die schlacht wieder vorbereiten und es geht wieder in fünf sekunden los oh mein gott irgendwie hier müssen wir so in zone sind gerade out zone wir sterben wir müssen hier unbedingt in zone alter sind total falsch ich habe so 30 hp die kommen wieder ach du mich das da ist so ein ganz großer boss jetzt oh die geht auf mich die schießen die schießen die schießen oh mein gott hilfe ich brauche unbedingt hier ich brauche woher kaputt machen let's go wir dürfen nicht sterben das ist das ist so oh mein gott wir müssen so aufpassen was machen die mit mir also wir müssen noch fast zwei minuten überleben fast zwei minuten leider ok attacke oh mein gott hier ist eine kiste und die brauche ich speinstoff wieder let's go ich habe irgendwie einen bonus bekommen nicht schlecht kommen die kommen die kommen die kommen Hilfe speinstoff oh mein gott oh mein gott alter leute ok wir müssen die irgendwie fernhalten von uns irgendwie fernhalten oh mein gott die kommen alle was soll ich noch machen was soll ich noch machen ich bin sowas von tot wenn die mich einmal erwischen richtig also ich bin tot ok oh die kommen oh mein gott oh mein gott die schießen auf mich Hilfe aber über die 17 Sekunden müssen überleben noch komm 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 kämpfe komm komm wir sind löwen wir schaffen das ok wir haben die zwei runden abgeschlossen müssen ausdruck und sammeln komm wir brauchen unbedingt munition ein geiles perk ist nur schrott hier wir haben schon mal sprint sprung und es geht gleich wieder los nachladen oh mein gott geht weiter oder kiev völligen sturm die kommen wieder oh mein gott oh mein gott leute soll ich nicht das überleben alter oh mein gott alter ähm wenn ich mich wenn ich mich mit dem bild doof anstellt dann tut mir es leid Leute komm nicht hoch komm nicht hoch dynamit dynamit oh sehr stark wir haben richtig dynamit reingejagt oh die waffe ist geil also schreibt auch ähm dann mach ich das so eh in die kommentare wie ihr alles angestellt habt schatz kann meine kommentare oh lass gerne mal einen daumen nach oben da okay wir müssen überleben leute oh mein gott die kommen alle die kommen alle ich rutsche nein nein oh mein gott wir sind so tot wir müssen wieder in zone wo ist die nächste zone die ist weg folgenden sturm wo ist der sturm ich freck ich freck leute wo ist der sturm höhen wir uns nicht lang ich hab mich voll laufen ach da hoch da hoch ok ich schaff das ach schaff ich das ich glaub nicht ich glaub ich freck schade leute schade leute schade leute war schon mal so eine sehr geile runde und wir haben kurz von von so 6425 ok es haben welche schon so 100.000 und leute dann würde ich sagen das war's mit diesem video lass gerne mal einen daumen nach oben da abonniert gerne diesen kanal bis heute ich wünsche euch einen schönen tag und ciao